Liebe Herr Oschi, in diesem Gottesdienst verabschieden wir dich aus dem Dienst als Pfarrer der Kirchgemeinschaft. Wir danken dir für die geleistete Arbeit und wir danken gemeinsam Gott, der dir die Gabe und die Kraft dieser Aufgabe gegeben hat. Mit dem Eintritt in den Urstaat ist nun frei von allen Dienstpflichten, bleibst aber weiterhin Pfarrer mit unserer Eintritt. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für das Licht des Evangeliums. Ganz besonders danken wir dir für den Dienst unserer Pfarrerin Roselabrote, die nun aus ihrem Amt scheidet. Wir danken dir für all den Segen, den du auf ihr Leben gelegt hast. Wir bitten dich, wandle in Segen, was nicht gelungen, und vergib, wo sie Fehler machte. Sei denn auf ihrem weiteren Lebensweg, segne ihre Familie, schenke ihr Heiterkeit, Gelassenheit und Freude und halte allen Zeit deine schützende Hand über sie. Amen. Die Barmherzigkeit des Herrn hat noch kein Ende. Sie ist alle Beugen neu und seine Treue ist groß. So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 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 und ihrer Familie. Wir bitten, Herr Berndt. Wir bitten, für unsere Gemeinde und die ganze Kirche, dass alle, die in ihr wirken und leben, im Bau bestärkte und frohen Herzen sich eine Botschaft erkunden. Wir bitten, Herr Berndt. Lass uns auch daran wieder auf unseren Menschen denken, die Hilfe brauchen, dass wir den Körper unterstützen, wie du es uns gelernt hast. Wir bitten, Herr Berndt. Wir bitten dich um Frieden in der Welt und um Gerechtigkeit unter den Völkern. Segne die Arbeit der Regierungen und Verantwortlichen. Zeige uns auch, wo wir zum Frieden beitragen können. Wir bitten, Herr Berndt. Seid immer bei uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir erfüllt werden mit Glauben, geborgen sind in der Liebe Jesu Christi und alle Zeit dich loben und kreisen. Wir bitten, Herr Berndt. Wir bitten, Herr Berndt. Wir bitten, Herr Berndt. Wir bitten, Herr Berndt. Er nähert in diese Zeit und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr, dass er leuchtet in sein Angesicht über euch und sei euch umheblich. Der Herr, erhebe in sein Angesicht auf euch. Glauben zu geben wir euch allen Frieden. Amen. Amen.